herzlich willkommen euren freunde zurück zu anime crossing und melinda ist wieder da und es ist sonntag aber ist glaube ich bisschen laut ich habe in meinen eltern per video chat gesprochen und es geht ihnen toll du liebe güte das waren jetzt nicht wirklich neuigkeiten oder so das war es für heute ja leute herzlich willkommen wieder zurück zu anime crossing vorab ich wollte euch erst mal eine info droppen unten in der beschreibung ist ja mein twitter channel ich bin jetzt sagen wir 5 5 mal die woche online also auf twitch und ich würde mich freuen wenn du vielleicht vorbeischauen würdest wir fangen wenn die facecam irgendwann da ist mit starwars die vollen order an aber das wird wahrscheinlich auch hier auf meinen hauptkanal kommen da freue ich mich mega drauf ich wollte das video jetzt einfach mal so ein bisschen als info video nutzen dann das video habe ich schon mal aufgenommen aber da war da hat mein mikro nicht aufgenommen das war sehr cool es war wirklich cool deswegen ich habe mir hier auch ein zettel gemacht hat meine ich zwei gemacht hier habe ich auch nein wo ich dann bisschen über die projekte im märz und darauf bisschen erzählen werde was wir machen zurzeit herrscht natürlich eine spiele flaute und dadurch dass ich jetzt auch pc spiele und sowas sehr sehr gut aufnehmen kann werde ich das dann wahrscheinlich dann auch alles machen das problem im märz es kommt zwar story of seasons raus aber ich habe jetzt schon so viel davon gesehen dass ich es eigentlich nicht mehr spielen will ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich spielen möchte ich bin mir noch unschlüssig ich möchte eigentlich kein geld dafür bezahlen weil ich schon das erste jahr komplett gesehen habe in einem stream und stardew rally ist ja halt immer noch besser beziehungsweise man kann in stardew rally so viel mehr machen aber story of seasons ist eigentlich auch liebe für mich weil ich liebe ich liebe bin die alten harvest moon teile das sind halt die entwickler wie man eigentlich mittlerweile wissen sollte ah ja wir haben also den klebertag den tag des kobolds oder sowas heute deswegen habe ich hier schon so ein outfit das gibt es aktuell hier drin zu kaufen habe ich mir heute morgen schon gekauft aber hat er dann nicht aufgenommen wir können trotzdem mal kurz hier reingucken bzw gestern habe ich aufgenommen aber da war ich frustriert und wollte es dann nicht aufnehmen deswegen nehmen wir heute auf ja so deswegen ich habe ein paar spiele aufgeschrieben ja die wir auf jeden fall uns anschauen werden das wäre einmal aber es wäre erst im april leute am 6 4 ein tag vor meinem geburtstag hier haben wir das outfit sehr cool ohne klebe lads sonnenbrille die habe ich vorhin nicht gesehen also gestern nicht gesehen die sind echt nice kauf ich kauf ich nice ja also am 6 4 käme star wars republic kommando raus ich weiß nicht wie viele videos das werden ich weiß auch überhaupt nicht was das für ein spiel wird aber es kommt glaube ich für die switch und pc raus das werden wir auf jeden fall zumindest antesten und wenn und wenn uns das spiel halt gefällt dann werden wir es auch weiter spielen davon gehe ich aber aktuell noch nicht aus dass es uns gefallen wird aber vielleicht überrascht uns das spiel einfach so dann käme im april noch pokémon snap raus da seht ihr erst im april kommen spiele raus deswegen werde ich die zeit im märz nutzen für jedes samus vollen order und vielleicht temtem ich warte nur auf ein angebot von temtem dass ich das mit einem freund dann zusammen spiele machen wir ihn together daraus das sollte ja glaube ich gehen mit temtem oder ich glaube schon das würde ich auf jeden fall sehr gerne noch machen weil nexumon haben wir gespielt dann müssten wir eigentlich auch temtem spielen ja was erfolgreicher ist als nexumon oh ne ne misuso du ziehst nicht aus tschüss 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 ähm ja temtem wäre noch so ein projekt ich hoffe da ist die flaschenpost ich sehe sie ich hoffe einfach dass es in nächster zeit vielleicht ein temtem angebot gibt bei 33 euro ist mir little bit too much nexumon hat mir 20 gekostet wenn es so 25 22 euro kosten würde dann würde ich temtem kaufen aber aktuell noch nicht aktuell ist es leider noch nicht der fall dass ich mich überwinde das zu kaufen ich habe jetzt da was eh die vollen order gekauft ist zurzeit im angebot für 25 euro die die deluxe edition auf 7 kostet das normale spiel sogar mehr ich glaube 39 oder 49 ungefähr ja das werden wir dann auf jeden fall spielen sobald die pacecam da ist dann haben wir ah ja zu pokémon äh nicht zu pokémon zu monster hunter das werden wir wahrscheinlich nicht spielen zumindest diesen teil nicht denn ich bin nicht sonderlich gut darin ich möchte mich da auch nicht so rein fuchsen weil die kämpfe die dauern ja schon lange ne so 30 minuten pro kampf das ist schon sehr zeitaufwendig ja weiß ich nicht aber es kommt ja bald dieses monster hunter stories raus das ist ja mehr story das würde ich dann tatsächlich mal antesten und vielleicht sogar durchspielen darauf hätte ich mehr lust dann auf jeden fall pokémon snap wie gerade glaube ich schon kurz erwähnt es kommt am 30 april raus das werden wir auf jeden fall durchspielen 100 prozent wäre eigentlich auch ganz cool aber jeden zweiten tag würde ich das glaube ich da nicht bringen ich glaube zweimal die woche würde reichen denn das könnte vielleicht auch schnell demotiviert werden weil nicht keine ahnung also nicht jeden tag nicht jeden tag so dann hätten wir noch gut ortlos das kommt am 10 5 raus also obwohl vielleicht machen wir dann doch pokémon snap jeden tag damit wir dann hut ortlos spielen können und dann spielen wir das jeden tag bis mit topia rauskommt ane doch doch bis mit topia rauskommt ich habe den alten teil nicht nicht gespielt aber ich habe ihn gesehen deshalb weiß ich eigentlich schon wie die story und sowas ist und es hat mir so gefallen das let's play von zombie ist wirklich eine empfehlung schade er hat gesagt er wird dieses jahr nicht äh let's play das heißt ich werde es dann für mich spielen bzw für euch spielen und werde dann auch die stimmen ändern und sowas und mega cool da freue ich mich mega darauf mega 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 ja das kommt am 21.05 raus dann haben wir eine spieleflaute leute bis zum neunten siebten im juni kommt nichts raus aber wir könnten uns da vielleicht wo weißen sie wo dawn anschauen denn das spiel will ich nachholen denn ich hatte ja zwar eine xbox und eine playstation aber die habe ich dann direkt verkauft weil ich nur gegen dem hart spielen wollte ähm ja wo weißen sie wo dawn dawn vielleicht in die teil zwei kommt glaube ich erst nächstes ja raus ne meine ich wurde glaube ich so angekündigt König ja das das würde ich dann gerne spielen auf jeden fall dann hätten wir noch kenner bitch of the wisp kommt am 24.8 raus aber ich glaube ich glaube es wurde auch weiter nach hinten geschoben meine ich meine ich ich bin mir nicht hundertprozentig sicher hier meine hände sind frei vom feuer aber ich glaube ich glaube ich glaube das kommt erst nächstes jahr aber es sieht sehr cool aus sieht sehr cool aus ich habe keine angel sonst würde ich jetzt angeln deswegen kaufe ich mir mal eine für das nächste mal ähm dann was ich noch spielen möchte ist das neue lego star wars spiel das soll dieses jahr eigentlich rauskommen aber es gibt noch keine erscheinungstermin öffnungen öffnungen äh gott kein kein erscheinungsdatum für das spiel und so langsam wird es ja eigentlich auch mal zeit ne ne ganz ehrlich lego star wars was soll denn das ja gut so sonst kommen wir zu den serien äh ich bin ja immer noch fleißig dabei bei detektiv conan zu schauen ich bin ja zwei folge 100 glaube ich äh country world hat mittlerweile auch die dritte staffel schon veröffentlicht ach ich komm überhaupt nicht hinterher aber wie soll ich auch 111 folgen ja in einer woche schaffen bevor die zweite staffel kommt das sind 44 stunden leute 44 stunden das wären 2 tage 2 tage plus uni das hätte ich nie geschafft leute hätte ich nicht geschafft ne ja da bin ich grad dran sonst kommt sonst leute es ist eine serienflaute flaute ich muss noch warten also am 26 dritten kommt endlich wieder eine serie raus auf die ich mich freue the magicians staffel 5 ist harry potter in sehr 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 brutal ja und mega cool ist wirklich cool es gefällt mir wirklich sehr es macht mega spaß ich glaube ich hatte ne angel schon vorher ähm dann supergirl kommt am 30 dritten raus staffel 6 da bin ich auch mega gehypt das ist nämlich die letzte die letzte staffel von supergirl werde ich mir wahrscheinlich wieder auf amazon kaufen wie jedes jahr oder ich warte auf die deutsche vertonung aber es dauert immer so lange es dauert wirklich lange so ausrüsten dann guck mal was es hier für für fischis gibt dann kommt am 26.03. noch äh die bande aus der baker street wenn das so ähnlich wie enola wird ja enola holmes dann bin ich auf jeden fall gehypt also ich freue mich auf die serie ich glaube es ist eine serie ich hoffe einfach es ist eine serie und kein film ich bin kein fan vom film ne ich hoffe einfach ich hoffe es wirklich ich hoffe es ja sonst war es das tatsächlich mit der serienflaute ne über der schaue ich halt noch immer noch aktuell die letzte folge hat mir sehr gefallen die war sehr gut äh yashahime ist auch mega spannend mittlerweile boruto oh ich muss boruto heute noch schauen und wixcrot wixos so eine kartenserie ist auch immer sehr sehr spannend finde ich obwohl die staffel ist nicht ganz so gut ist nicht ganz so gut wie die anderen vier aber es kann nicht jede staffel gut sein leute es muss auch mal eine schlechte geben damit die anderen sich abheben können siehe digimon nein ich habe A gedrückt ich habe A gedrückt ich habe A gedrückt kacke ich wollte noch irgendwas sagen zu einer serie aber ich mir fällt es gerade nicht ein und wieso ist eigentlich das hier so komisch das müsst ihr eigentlich auch mal hier erinnern oder sieht so komisch aus du liebezeit ja ich weiß misuse du du wirst abhauen aber ich lass dich nicht gehen tut mir leid ich habe erst neulich wieder einen kommentar über dich bekommen oh er wusste einfach nichts über mich so so ja ja ich weiß auch nicht aktuell weiß ich ja über deinen seltenheitsstatus aber dass du so selten bist das fass ich nicht das fass ich wirklich nicht was ist das echt schon mit den serien ich glaube schon ja auf jeden fall ne unten ist da twitch link ähm ahja Dieter Bohlen ist das raus ne aus DSDS hätte ich ja niemals gedacht und Bruce Daniel ist auch aus das Supertalent raus und ich bin mal gespannt wie tief die Quoten sinken werden nächstes Jahr beim Supertalent und bei Superstar und und wie viele da jetzt überhaupt noch teilnehmen weil ich könnte mir schon vorstellen dass man da nur teilnehmen weil man Dieter mal kurz sehen will und ne Meinung von Dieter haben will ich kann mir das noch ohne Dieter überhaupt nicht vorstellen ich bin ja auch der ich bin auch der Meinung ne die letzten Staffeln waren halt wirklich meh die waren meh die waren nicht cool die waren kacke es wird alles gekürzt siebte Staffel war für mich persönlich die beste als sie da noch Challenges hatten wie mit Schlangen singen oder auch Kopf über singen das war echt mega cool damals und ja ja gut Leute ne TrashTV ja aber Love Island ist da wieder findet ja wieder statt ich bin immer noch dabei die erste Folge mal endlich durchzuschauen weil ne das ist TrashTV was ich mag und so was Kids ist mega cool ich hab das Gefühl dieses Jahr sind viel 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 bessere Kinder also bessere Stimmen dabei als die ganzen Jahre davor und die Coaches die haben jetzt nicht so das Gegeneinander sondern wirklich das Miteinander die singen dann gemeinsam die haben richtig Spaß bei der Arbeit diesmal so so sehe ich das die singen die ganze Zeit wirklich die kämpfen wirklich extrem extrem um die Kids das gefällt mir mega gut es macht mir so viel Spaß das zu schauen das ist die beste Staffel für mich bis bis jetzt zumindest ne irgendwann kommt wahrscheinlich schon eine bessere aber sehen wir dann ne Leute ich möchte jetzt nicht lange um den heißen Brei äh reden ne unten ist der Twitch Link ich würde mich freuen wenn ihr mal vorbeischaut meistens so von 16 Uhr bis 17 Uhr 30 ungefähr eine Stunde und eine halbe und am Wochenende morgens früh mal um halb neun bis halb elf Pokémon gibt es da zumindest immer am Samstag und Sonntag ne weshalb ich würde mich freuen wenn ihr vorbeischaut wir sehen uns dann bis dann euer Kami Thor dran und ciao